So, wir stehen jetzt unmittelbar vor der Halle in Mittelstreu. Wir gehen jetzt rein, die anderen sind schon kräftig am Arbeiten. Kommt mit! André, wie fühlst du dich heute Abend? Ich fühl mich sehr gut. Es ist der erste Weihnachtsfeil, gestern sehr viel gegessen, heute sehr viel gegessen. Musik Die Frage ist, wer ist von einem anderen Ufer? So, liebe Podcast-Zuhörer, wir sehen uns wieder im nächsten Jahr und zwar, unser erstes Date im nächsten Jahr ist der 15.1. in Mittelstreu. Kommen! Untertitelung des ZDF, 2020 Kommen!